Biowaffe, Corona, Labortheorie, jetzt bestätigt. Und damit herzlich willkommen zu Kompakt der Tag, heute am 2. März. Das sind einige unserer heutigen Themen. Russland, Todeskampf oder neue Ära? Germanen, so lebten sie wirklich. USA, Migration als Waffe. ARD, Würmer essen, leicht gemacht. Die Theorie, dass Corona künstlich erzeugt und aus einem Labor freigesetzt wurde, galt lange Zeit als Verschwörungsschwachsinn. Kompakt hat schon im Juli 2021 getitelt, Wuhan, Biowaffen für den Great Reset. Seit Neuestem sind nicht nur das FBI und das amerikanische Energieministerium Anhänger dieser Theorie, sondern auch deutsche TV-Ärzte wie Dr. Christoph Specht. Nicht nur solche Äußerlichkeiten wie zum Beispiel, dass ausgerechnet in der Stadt Wuhan diese beiden Virenzentren sind, wo die Chinesen genau mit diesen Viren geforscht haben. Also da gibt es, wenn Sie mal in die Biochemie gehen, in die Genetik, so viele Auffälligkeiten, dass das natürlich schon, ich sag mal vorsichtig, gut zusammenpassen könnte. Die Aufarbeitung der sogenannten Corona-Pandemie geht also voran. Das ist erfreulich. Doch warum wird die amerikanische Beteiligung an dem Labor in Wuhan einfach verschwiegen? Und warum kommt die öffentliche Diskussion erst jetzt? Fragen, die unser Redakteur Sven Eckers und TV-Chef Paul Klemm jetzt im Brennpunkt besprechen. Das amerikanische Energieministerium geht mittlerweile fest davon aus, dass Corona seinen Ursprung in einem Labor hat. Also das belegt ein Geheimpapier, was dem Weißen Haus vorgelegt worden sein soll, worüber jetzt das Wall Street Journal berichtet hat. Ist schon erstaunlich und auch das FBI hat dahingehend sich geäußert. Und der FBI-Direktor hat gesagt, dieser Laborunfall ist dafür verantwortlich, dass Millionen von Amerikanern gestorben sind. Und er hat auch mit dem Finger auf Peking gezeigt. Die chinesische Regierung natürlich nicht so erfreut, hat sich dagegen gewehrt. Also eine Sprecherin hat dem Geheimdienst Lügen, Betrug und eine schlechte Bilanz vorgeworfen. Das heißt, das Verhältnis China-USA wird jetzt deswegen auch wieder schlechter. Und tatsächlich ist es ja so, falls das Ganze stimmt, also falls Corona seinen Ursprung hat in Wuhan, wovon ich ausgehe, weil es ist ja schon auffällig, Wuhan ist ja so das Zentrum in China für Seuchenforschung und Virenforschung. Und ausgerechnet dort hat das Ganze seinen Anfang genommen. Wenn das aber dort seinen Ursprung hat, dann sind die Amis nicht unschuldig, weil es gibt da ein großes virologisches Institut. Und die Corona-Forschung dort war tatsächlich ein chinesisch-amerikanisches Gemeinschaftsprojekt. Das heißt, für die Chinesen hat da Xi Tseng Li geforscht. Die ist bekannt als Bad Woman, weil sie eben viel mit Fledermäusen experimentiert hat. Und für die Amerikaner gab es dort einen Mann namens Peter Daschek, der sie eben sehr intensiv unterstützt hat. Und der ist bestens vernetzt mit der Weltgesundheitsorganisation. Und er hat auch eine eigene NGO, nämlich die EcoHealth Allianz, die angeblich gegen Infektionskrankheiten kämpft und die auch unterstützt wird vom US-Gesundheitsministerium. Und da sind Gelder geflossen in die Corona-Viren-Forschung in Wuhan. Und die Amis sind da auf jeden Fall involviert. Ja, das sollte man mal sacken lassen. Das ist, wie die Verschwörungstheorien so sind. Sie entpuppen sich nach und nach als Wahrheit. Und gerade diese sensible Laborthese kommt jetzt also auch in Schwung. Und der FBI-Direktor hatte ja das jetzt nochmal bestätigt im Fox-Interview, dass es höchstwahrscheinlich so sei. Es war auch schon mal eine Stellungnahme in diese Richtung. Aber diesmal kommt eben noch hinzu, du hattest es erwähnt, dass die ganze Schuld auf China geschoben wird. Und zwar nicht nur so phrasenmäßig, sondern es heißt, ich habe es mir nochmal angeguckt in diesem Fox-Interview, das mögliche Leck in dem von der chinesischen Regierung kontrollierten Labor habe, und jetzt kommt es nämlich, Millionen von Amerikanern getötet. Und genau dafür wurde diese Fähigkeit auch entwickelt. Also das heißt ja nicht... Das ist eine krasse Schuldzuweisung auf jeden Fall. Ja, als wenn chinesische Biowaffen aus dem Grund entwickelt wurden, um Amerikaner zu töten. Und in Millionen Fällen ist es dann auch vollzogen worden. Also es hat schon harmlosere Anläste gegeben, um einen Krieg zu führen beispielsweise. Und ich sehe auch voraus, dass das eine ganz schwierige Geschichte wird, die da auf uns zukommt, dass die Blöcke immer krasser aufeinander zugehen werden. Unbestritten ist, wie du gesagt hast, dass das in Wuhan sowieso in diesem Zentrum biotechnologisch manipulierte Coronaviren, das da herumexperimentiert wurde, haben wir ja auch in Kompakt drüber berichtet. Unbestritten ist, dass eben beide, China und USA, nicht nur an Biowaffen arbeiten, sondern auch dort gemeinsam in Wuhan. Und am Ende ist es eben so, dass Corona tatsächlich dann wie eine Biowaffe gewirkt hat. Allerdings nicht wegen der Schwere der Krankheit, sondern wegen des Propaganda-Dauerfeuers durch die Medien. Und USA und China konnten sich die Hände letztlich reiben. Der Westen zersetzte sich zur Freude des Roten Drachen, möglicherweise nachhaltig. Das werden wir jetzt in den nächsten Jahren sehen. Und Wall Street und Weltwirtschaftsforum, klar, der spielt das natürlich auch in die Karten mit ihrem Great Reset. Stichwort Deindustrialisierung. Also ich glaube, was für Corona galt, gilt auch für Krieg und Klima- und Energiekrise. Wir können den Medien überhaupt nichts mehr glauben. Ja, also das, was dieser FBI-Typ gesagt hat, das suggeriert ja, dass die Chinesen das extra entwickelt haben, um die Amerikaner zu dezimieren. Das ist ja völliger Quatsch. Das war ja ein weltweites Phänomen, muss man ja so sehen. Ich glaube aber trotzdem, was du auch gesagt hast, dass es eine Biowaffe ist. Also diese Gain-of-Function-Forschung, die da betrieben worden ist in Wuhan. Das heißt ja, dass man Krankheitserreger genetisch so manipuliert, dass sie auf den Menschen überspringen können, dass sie eine Gefahr sein können für den Menschen. Und das spielt im zivilen Bereich eine Rolle, wenn es darum geht, Impfstoffe zu entwickeln. Das war auch so pro forma der Grund, warum man das gemacht hat. Aber es spielt eben auch im militärischen Bereich eine große Rolle, nämlich im Bereich der Biowaffen. Und da ist es ganz interessant. Ich habe es ja erwähnt, der Peter Deschek, der da geforscht hat, zusammen mit der Chinesin, mit der Batwoman, der hat ja diese eigene NGO, die Eco-Health-Allianz. Und die wurde eben auch unterstützt vom amerikanischen Verteidigungsministerium, vom Pentagon. Und zwar mit sage und schreibe rund 39 Millionen Dollar. Und zwar genau in dem Zeitraum, wo es um die Forschung an den Coronaviren ging. Das heißt, das ist schon augenfällig. Und wir haben das mal in Kompakt beschrieben. Man kann sich jetzt natürlich fragen, Corona als Biowaffe ist doch total harmlos. Also was soll das für eine Biowaffe sein? Aber wir haben es mal beschrieben in Kompakt als eine Art umgekehrte Neutronenbombe. Also die Neutronenbombe, die zerstört die Menschen und lässt die Infrastruktur stehen. Und bei Corona war es möglicherweise so geplant, dass es vor allem gegen die Wirtschaft gerichtet war. Das heißt, die Menschen wären relativ verschont, aber die Wirtschaft wird halt total umgekrempelt und umgestaltet. Und da spielt natürlich wieder Stichwort Great Reset eine große Rolle, dass man also die herkömmliche industrielle Ordnung, die traditionelle Industrie platt machen, zerstören will und darauf aufbaut, eine neue globale wirtschaftliche Ordnung. Aber du siehst, dass eigentlich ja die Fakten auf dem Tisch liegen. Die müssen nur transportiert werden. Und wir reden jetzt darüber. Und vor kurzem war es noch, dass von den Faktencheckern das Schlimmste, was es gibt, diese Laborthese, die musste also mit Innenbrunst zurückgewiesen werden. Darunter ja auch die öffentlich-rechtlichen Faktenchecker, die wir zwangsfinanzieren mit unseren GZ-Gebühren. Bei Wikipedia kann man immer noch lesen, habe ich heute nachgesehen, dass Kompakt und andere alternative Medien mit dieser Falschbehauptung operiert hätten. Also die Laborthese. Das regierungsfromme Format Volksverpetzer hat letztes Jahr noch geschrieben, so zynisch, sorry, Querdenker, Studien widerlegen, Laborthese. FAZ, Süddeutsche und meines Wissens alle Leitmedien hatten verbissen an der These festgehalten, dass irgendein Chinese irgendeine Fledermaus zu viel gegessen hätte. Und dadurch wurde ja auch dann noch chinesischer, antichinesischer Hass auch noch nebenbei gesät. Facebook hatte alle Beiträge gesperrt, die dieser Fledermaus-Theorie widersprechen wollten. Und am Ende aber sind es doch die Verlierer, diese Corona-Prediger. Heilige Maske schützt nicht. Haben wir jetzt letztes Mal diese große Studie gehabt. Die Impfung hilft nicht. Jeder Neuinfizierte ist da praktisch ein Argument dagegen. Jeder Mensch mit Impfschaden. Lockdowns sinnlos, irreparable Schäden unserer Gesellschaft. Da sind Selbstmorde von Kindern dabei. Da sind aber auch das elendige Verrecken der Alten isoliert in Altersheimen dabei. Und wir müssen mit Kontakt unbedingt dranbleiben, dass wir die Schuldigen hier auch weiterhin beim Namen nennen. Ein weiterer Schuldiger ist natürlich auch dieser Dr. Anthony Forci, der natürlich, also der amerikanische Christian Drosten, der da in diesem Wuhan-Komplex auch mit drinsteckt. Das heißt, er war auch beteiligt an diesen Corona-Forschungen. Und mittlerweile hat ja die Washington Post auch so eine Mail-Korrespondenz offengelegt, wo rausgekommen ist, dass dieser Forci im Vorhinein so eine Initiative gegründet hat, international, unter verschiedenen Forschern, dass die quasi gemeinschaftlich diese Laborteorie als großen Blödsinn erklären. Da hat auch Christian Drosten natürlich mitgemacht und hier Volksverpetzer, die, da ist die Logik dann so, Drosten hat es gesagt, dass es nicht aus dem Labor kommt und deswegen muss es stimmen, deswegen muss alles andere Quatsch sein. Es gibt natürlich da Interessengeflechte, führt jetzt alles ein bisschen zu weit vielleicht. Abschließend vielleicht noch die Frage, warum gerade jetzt das Ganze? Also ich meine, die Theorie liegt da schon so lange auf dem Tisch und das FBI hat auch gesagt, sie forschen oder gehen diesem Verdacht schon seit Monaten nach. Warum wird das gerade jetzt an die Öffentlichkeit herangetragen? Und da, glaube ich, richtet sich das vor allem gegen China. Wir haben ja neulich schon mal in der Sendung die Sache mit den unbekannten Flugobjekten besprochen, wo also Ballons und andere seltsame Flugobjekte abgeschossen worden sind über Amerika und wo dann auch sofort mit dem Finger auf China gezeigt worden ist. Da hieß es auch sofort, Peking startet hier ein großes Überwachungsprogramm und will uns alle ausspionieren und Informationen sammeln und so weiter. Und jetzt dasselbe. Ja, also diese Labortheorie wird quasi von obersten Stellen gepusht und dann immer mit Verweis auf China, immer mit Verweis auf Peking. Und dazu passt natürlich auch die aktuelle Meldung, dass jetzt die USA Waffenlieferungen an Taiwan gestattet haben. Da gibt es ja auch einen Interessenkonflikt mit den Chinesen. Das heißt, ich glaube, das soll jetzt auch gezielt genutzt werden, um das Verhältnis da weiter zu eskalieren. Ja, das glaube ich auch und das sind schwierige Zeiten. Bei der ganzen globalen Entwicklung darf man trotzdem nicht vergessen, was hier auch bei uns passiert ist. Und wir können unsere Akteure hier auch nicht freisprechen. Wir dürfen jetzt nicht vergessen, was die Merkel unserem Volk angetan hat. Wir dürfen nicht vergessen, wie sich der Söder hier aufgeführt hat, der bayerische Ministerpräsident. Wir sollten in Erinnerung behalten, was RKI und Drosten und Ethikrat auch angerichtet haben, auch in Schäden. Die kann man nicht unter bedauerlicher Irrtum abheften. Und das war es ja auch nicht. Der ganze Weg war von Bösartigkeiten gepflastert. Und die Wahrheit kommt eben, wie wir heute ja auch sehen, ganz, ganz langsam in die richtige Richtung. Und unsere Gesellschaft kann sich erst versöhnen, wenn alle Fakten von A bis Z zur Bewältigung dieser, zur Aufarbeitung dieser Krise auf dem Tisch liegen. Und ich habe noch als Letztes ein ganz fürchterliches Zitat von Christian Foren, Redakteur der Zeit, herausgesucht. Er schrieb in einem Kommentar, in dem angeblich so hochwertigen Qualitätsblatt, Was es jetzt braucht, ist nicht mehr Offenheit, sondern ein scharfer Keil, einer, der die Gesellschaft spaltet. Richtig und tief eingeschlagen, trennt er den gefährlichen vom gefährdeten Teil der Gesellschaft. Wenn einem da nicht schlecht wird, weiß ich auch nicht. Das Zitat ist keine 80 oder 90 Jahre alt. Es stammt aus dem November 21. Und es verpflichtet uns ja auch, kein Vergeben, kein Vergessen und nie wieder Lockdown, auch nicht für Klima- und Energiekrisen, nie, nie wieder. Ja, liebe Zuschauer, nie wieder. Wir liefern Ihnen die Fakten, die Sie brauchen. Wir liefern Ihnen die Wahrheit, denn nur die Wahrheit kann verbinden. Sie spaltet nicht, sondern verbindet die Gesellschaft. Und in dem Sinne, kommentieren Sie gerne wieder mit auf YouTube, auf unserer Online-Seite kompakt-online.de und abonnieren Sie uns auf YouTube und auch auf Telegram. Telegram ist immer noch eine sichere Plattform, da können wir nicht gesperrt werden. Und hier geht es jetzt spannend weiter in der Sendung. Wikinger und Germanen haben gerade wieder Hochkonjunktur, etwa in der erfolgreichen Netflix-Serie Barbaren. Für alle, die mehr über unsere... Liebes Publikum, hier endet die gekürzte YouTube-Fassung dieses Beitrages. Wegen der Zensorgefahr können Sie die vollständige Sendung nur unter kompakt-online.de sehen. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Viel Spaß beim Weiterschauen wünscht Ihnen Ihr Kompakt-Team. Bis bald. challenges